WebSoul Podcast aus dem Studio Heute mal nicht mit Steve, der kommt später erst Jetzt warte ich erstmal auf Jan, der heute kommt, um nochmal an zwei sehr persönlichen Tracks zu arbeiten Das Album ist fast fertig, wir sind jetzt so in den letzten Metern und das ist eine der letzten Sachen, die wir noch machen müssen und dann wird der Jan auch den aktuellen Stand des Albums mal auf CD mitnehmen Und ja, Steve und CJ kommen später dazu, um nochmal ein paar Sachen zu besprechen und zu planen und ja, wir wollen euch einfach mal ein wenig mitnehmen heute Yo, es hat geklingelt Das geht, das geht Gut, Kameran Ja, ich hab die vom Fili gebaut, weil Steve ja noch die andere hat Achso, wir brauchen die beide, ne? Ja, ich dachte auch jetzt, wir machen heute einfach schon mal einen Studio Podcast Achso, okay Ja, also Studio Podcast Teil 1 dann, Russ Ich sehe sehr gut aus Wie immer? Zweitens, ich ziehe meinen Bulli aus Drittens, ich sehe immer noch sehr gut aus Und ja, wir fangen jetzt an, ein paar Titel zu bearbeiten Tag 1 nach dir nicht, sondern Und äh, ich sehe immer noch gut aus So Freunde der Nacht, ähm, ich werde jetzt die erste Twitter-Meldung posten Wenn ihr nicht wisst, was es ist, erkundigt euch, okay? Das gehört zum Allgemeinwissen dazu Ansonsten Bionade schmeckt scheiße Und ähm, der Christoph wird das Ganze jetzt füllen Wie ich das mache Und es wird ganz aufregend sein Also Achtfunk Ich sitze Gerade im Studio mit Christoph Und Buche Ein Platin Album Zu Rekorden Smiley Gold Würde Bauch Gehen So Das war mein erstes Ding jetzt hier Mein erster Twitter-Eintrag Und ich muss sagen, es geht ganz einfach Man benutzt einfach die Tastatur Und schreibt einfach drauf los Wahnsinn Absolut Wahnsinn Absicht Achso Sing, spiel, die Big Band, unseren Song Auch wenn die Lichter ausgehen Halten wir uns immer an Wir laufen von Ich bin aber jetzt Sänger geworden Indem ich dir sag, dass ich dich lieb Kannst du mal kurz rausgehen, weil es vorbei ist hier auf die Kamera Und zwar, ich will euch eins noch zeigen Ich war beim Friseur und der sollte mir hier Hab ich ja normalerweise so Geheimratsecken, aber die sind ein bisschen dunkler Ja Da sieht man es, da hat er Da hat er Scheiße gebaut An der Stelle da Ja, Scheiße Bringt auch nichts Peace TJ, sag doch mal was Hey, was geht denn ab? Wo ist die neue Kamera, oder was? Ja Ja, ich bin hier am Chillen Was soll ich noch sagen? Was geht los? Single crowd Das wird geil Ah Ja, das ist jetzt die Kamera, die ich Weil du unsere hast Achso Weil du gekauft hast Für heute mal ausgeliehen hab Achso Gekauft oder hast du dich? Ausgeliehen Okay, was machen wir gerade genauer? Ein Podcast Achso Weil Jan ja da war Und dann hab ich gedacht Ich wusste ja gar nicht, dass ich auch noch komme Wer schneidet den Podcast denn? Ich Diesmal du Also ich schneide ihn jetzt direkt und spende ihn direkt hoch Achso, das ist super Damit die Leute Ich denke, wir erzählen immer nur, dass wir eine Platte machen Sondern, dass wir wirklich fast fertig sind Das ist ja Achso, da steht schon der Name Warte Achso Achso Du hast schon deine Version jetzt davon oder was? Ich hab schon jetzt eine Komplettversion da Ja Aber es sind noch ein paar unbearbeitete Also ein paar nicht fertig bearbeitet, aber dann ihr schon mal hören könnt Ob alles gut ist, was noch zu tun ist Nein Doch doch Ich bin der Chef Und der Chef noch ein paar Änderungen vielleicht vornehmen Ich will auch nur hören, ich will auch keine Änderungen vornehmen Und sie dann bei Bersche hereinstehen Genau Lass mal ein neues Auto bringen Ganz kurz hören Ich will auch noch nicht hören, ich will auch noch ein paar Bulge Das ist ja auch schon mal momentum Es ist ja auch schon mal ein neues Auto Und ich will auch noch ein paar Minuten Ich will auch noch mal ein neues Auto bringen Vielen Dank.